Musik Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge unserer Schmökerkiste. Wir müssen mal sagen, Wolfgang Mitschke und ich, wir haben natürlich nicht eine gemeinsame Schmökerkiste, sondern jeder hat seine Bücher zu Hause in der Wohnung versteckt. Ihm bewundere ich ein bisschen, er hat es geschafft, dass die auch im Schlafzimmer stehen. Ja. Das habe ich nicht fertig gemacht. Wir haben heute uns etwas vorgenommen, durch einen Zufall bin ich dazugekommen. Und zwar nach 1990 räumten viele Bibliotheken auf, was sie aus der DDR meinten, nicht mehr gebrauchen zu können. Heute suchen sie es wieder. Und da war überall am Ausgang oder Eingang ein Tisch oder manchmal auch ein Korb oder Pakete. Da konnte man Bücher mitnehmen. Manche haben eine Mark dafür verlangt, eine Westmark. Die meisten haben gesagt, nichts. Und ich hatte irgendwo eine Lesung, ich weiß es gar nicht mehr heutzutage. Und da war das auch, und das hat einen als Schriftsteller interessiert, was denn nun wieder dabei war. Und da stellte sich heraus, obendrauf las, dieses Buch. Es sieht nicht mehr besonders schön aus, das hat aber keinen Grund, dass es vielleicht zu viel gelesen ist, sondern im Gegenteil. Denn als ich das aufklappte, wusste ich natürlich, dass es zu meinen Lieblingsbüchern gehörte. Und, das hatte ich auch zu Hause schon längst, aber auf der letzten Seite war gar kein Eintrag. Es war also überhaupt gar nicht gelesen. Und in neuerer Zeit auch nicht. Und deswegen hatte man sicher gesagt, ach, pack das weg. Da findet sich ein Liebhaber, haben natürlich nicht mit mir gerechnet. So sah es ja eigentlich aus. Ich habe es nochmal in einer anderen Form. Ja, also Sie sehen, wir haben dieses Buch wirklich irgendwie geliebt, wenn es auch nicht leicht zu lesen war. Aber der Autor hat uns einigermaßen interessiert. Und wir wollen heute über Johannes Bobrowski sprechen. Und dazu müsste man vielleicht vorher sagen, der gute Mann hat es in der DDR nicht leicht gehabt. Auch wenn man die Erstausgabe, wenn man Bescheid weiß, das ist die Erstausgabe in der DDR liest, steht ja hinten etwas drauf, was im ersten Moment vielleicht übersehen wird, wer keine Ahnung steht drauf. Der Vertrieb nach Westdeutschland, West-Berlin, Österreich und der Schweiz ist nicht gestattet. Warum? Weil dieses Buch eben nicht zuerst in der DDR erschienen war, obwohl es von einem DDR-Schriftsteller war, sondern zuerst jenseits unserer Staatsgrenze damals. Und ich weiß, wir haben viele Diskussionen gehabt. Woran lag es eigentlich? Es lag an dem großen Thema. Und hier hast du, glaube ich, sogar ein Bild von ihm herausgesucht. Und da steht sein Thema drauf. Ich selber werde mich nicht auf Ostdeutsch firmieren lassen. So wenig wie auf heimlich Westdeutsch. Also er hat sich ganz klar positioniert. So ist es. Und andererseits lag das natürlich an dem Thema, das er sich gewählt hatte und was seine ganze Arbeiten, vom Gedicht bis zu Fötungs oder Bemerkungen und Romanen und vielen Erzählungen war. Und zwar ist das dieses Land, die Landschaft, muss man eigentlich sagen, die zwischen Deutschland und dem Osten lag. Und in der DDR war das eben so üblich, da wurde nicht über Ostpreußen oder Westpreußen gesprochen, weil das ja so aussah, als wollten wir das wiederhaben. Und nun war es hier genau umgekehrt. Das Lebenswerk von Brobowski ist gewesen. Freundschaft, Friede, Liebe, Achtung zwischen den Litauern, Polen, Russen und Deutschen zu haben. Und ja, nicht damit anzufangen, das gehörte vielleicht mal uns und das so. Sondern er hat das probiert, eigentlich vom Mittelalter, als dieses Gebiet vom deutschen Ritterorden überrannt wurde und auch ziemlich blutig unterdrückt, da hat er also angefangen, nochmal das den Leuten klar zu machen. Aber in der DDR hat er damit keine Freunde gewonnen. Denn hier wurde immer so getan, worüber nicht gesprochen wird, da kann auch keiner nachdenken. Und das hat man ja durchgeführt bis zu dem Ende geben wir gar keine weitere Meldung dazu. Und bei Brobowski ist eben, dass die Landschaft zwischen diesen Strömen, die oft und fast immer auch Grenzen waren oder auch heutzutage sind, eine Selbstverständlichkeit, damit war er als Kind aufgewachsen, das hat er von seinen Eltern, von seinen Großeltern, die auf beiden Seiten dieses Flusses lebten, gar nicht anders kennengelernt. Und das ist eben die Memel, haben wir im Deutschen gesagt. Und heute, muss ich mir auch nochmal nachgucken, Nemunas heißt das heute. Und die Stadt Tilsitz heißt auch nicht mehr so, sondern ich habe noch auf der Landkagut, die heißt Sowjets. Sowjets, das ist ja nur fürchterlich. Ja, naja, vielleicht für die Leute, die da wohnen, leicht auszusprechen, weil sie sich daran gewöhnt haben. Wir haben heute immer noch Tilsiter Käse oder so, wenn der da auch nicht herkommt. Also das ist diese Landschaft und deswegen war Bobowski jemand, der diese Landschaften zwischen den Strömen als dichterische Vorlage und als Erinnerungsbild in seinen Texten überall benutzt. Also da kann man sagen überall. Die Ströme, aber nicht nur die Ströme, die Landschaft, die Natur, die Vögel, die Tiere, alles das spielt eine Rolle und wird immer wieder in Bezug zur Gesellschaft gebracht. Richtig, natürlich. Ganz toll gemacht. Das hatte eben zu Anfang hier kaum jemand erkannt, weil so man gesagt hat, oh, Revanchisten, die wollen Ostpreußen wieder haben. Das gibt es überhaupt nicht bei ihm. Also da würde man überhaupt keine Stelle finden. Im Gegenteil, es ist sogar abgedruckt hier in einem DDR-Buch, was er für wütende Briefe bekommen hat aus Westdeutschland, aus der Bundesrepublik, die gedacht haben, jetzt kommt aber Heimatliteratur, jetzt wird das aber so groß ausgewalzt, dass das uns gehört und unsere Kultur ist. Und das Gegenteil war der Fall. Die haben dann wütende Briefe an ihn geschrieben, weil sie das nicht wollten. Du hast, glaube ich, eines der Stromgedichte von ihm. Und zwar über dem Strom. Sand, kalt, lebendig, von Quellen, im Atem lautlos geht des Stroms durch den See, folgend der Strömung über dem offenen Auge der Tiefe, über dem Schlaf. Scheint er ein Licht von Flossen, glänzend, es ziehen in den Nebeln die Vögel nach ihm. Dann, das Ufer wieder, empfängt ihn mit Händen grün, mit der finsteren Erde und dem Getier, das den Rücken zeigt. Aber die Stadt kommt, auf die Ufer gebogen weiß, erschallend von Türmen, Mauern und Krähenschatten gegen den Abend, dem Gold über den Fürsten, die Stadt leise vom Lärm ihrer Kindheit, den wehenden Frösten, dem Alter draußen dem Schnee. Diese Flussschilderung, die ja ohne weiteres auf die Mäbel auch passt, ist natürlich bei ihm in den verschiedensten Variationen zu finden und muss einen großen Eindruck gemacht haben auf ihn. Und wie gesagt, seine Großeltern lebten auch auf der anderen Seite. Bei Tilsitz gab es eine Eisenbahnbrücke, eine Straßenbrücke, dass er rüber konnte. Er kannte das also ziemlich genau. Und wir kennen es ja auch. Die Mäbel mündet dann ins Kurische Haff und Ostsee, damit in Kleipe da, das haben wir nun inzwischen wieder gelernt. Sie hieß eigentlich auch mal Mäbel. Aber es ist natürlich was Albernes, sich vorzumachen, dass das in dem Moment, wo man es ausspricht, auch haben will. Das gibt es überhaupt nicht. Aber in der DDR hat ihn sehr bedrückt, das muss man sagen. Aber diese Stadtmämel, auf die muss man ja doch noch mal zu sprechen kommen in der Geschichte. Und es gibt dort ein ganz, ganz berühmtes Lied. Dort steht nämlich ein Denkmal von Entchen von Tarau. Und diese Figur, dieses Entchen von Tarau, das hat übrigens das Gedicht Stamm von Simon Dach. Und dieses Entchen von Tarau hat für mich eine besondere persönliche Bedeutung. Das war nämlich das Lieblingslied meiner Großmutter. Wie hieß die so? Die hieß Anna, aber Entchen. Ach, der denn ist doch klar. Und in der Familie wurde immer ein Gedicht, eine Geschichte erzählt. Immer wenn Anna, die reiste gerne, von ihr Reise zurückkam, da öffnete mein Großvater das Fenster, stellte das Grammophon mit diesem riesen Trichter an das Fenster und spielte von der Schellack-Platte Entchen von Tarau. Und das war natürlich ein ganz tolles Ding. Wahrscheinlich für die ganze Straße. Ja, die waren ja damals noch nicht so belebt, die Straßen. Und da konnte Großmutter sich mit diesem Lied empfangen fühlen. Ich selber bin 2011 auch in Memel gewesen, also Kleipeda, und habe vor dem Denkmal gestanden. Und die ganze Reisegruppe hat Entchen von Tarau gesongen. Ja, das ist klar. Dieser Herr Dach, der nachher auch Professor wurde und der es gedichtet hat, hatte ja wirklich an ein Entchen von Tarau gedacht. Da ist nämlich eigentlich ein Hochzeitslied. Die hat viel so etwas geschrieben in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Und das Schöne ist, dass nicht nur dieses Denkmal immer noch steht. Die Litauer hätten ja auch sagen können, weg damit, das ist ja ein deutsches Lied. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben sogar noch einen Glockenturm gebaut. Und am Wochenende, habe ich erfahren, wird immer dieses Lied zu bestimmten Stunden wieder von einem Glockenspiel zum Besten gegeben. Und dann können wir ja als Magdeburger auch noch sagen, Simon Dach hat hier zwei Jahre in Magdeburg die Schule besucht. Ja, die Lateinschule. Also wir hätten auch Bedingungen, dass wir über den sprechen könnten. Machen wir aber heute nicht. Aber, eins müssen wir mal sagen. Dieses Entchen von Tarau, als ich studiert habe, auch Musik, da war aber mit Entchen von Tarau nichts zu machen. Denn, ich nenne jetzt keinen Namen, unser Professor hat angeordnet, dass wir nicht singen dürfen. Das Lied zwar, die Melodie, Text auch, aber wir haben gesungen, aber nur einmal kann ich mich besinnen, Entchen von Tarau. Und standen als Studentenchor vor irgendeinem Teilbetrieb von Leuna. Und ich weiß heute noch, in dem Moment, wo wir gesungen haben, es kommen ja ein paar Mal in dem Gedicht vor, Entchen von Torgau, die sich das erste Mal vielleicht gedacht haben, ach, die haben sich versprochen oder ich habe es falsch gehört. Die haben wir als zweites Mal alle nur so gemacht. Aber so geht es also zu, in der Literatur und wer weiß wo sonst noch. So, damit haben wir also schon mal eine ganze Menge gesagt. Ja, das müssen wir mal zum Leben von Bobrovsky kommen. Ja, das müssen wir machen. Also er hieß Johannes Konrad Gustav Bobrovsky. Damals gab es die Doppelnamen. Wurde also am 9. April 1917 in Tilsit geboren. Er war das erste Kind in der Familie. Vater war Gustav Bobrovsky. Und seine Ehefrau hieß Johanna, geborene Witzke. Der Vater war zum Schluss Reichsbahn-Oberinspektor. Also das war schon ein ganz gehobener Beamter. Und Tilsit war damals Grenzstadt zum sogenannten Memelgebiet. Also zu Litauen, das sprachen wir schon drüber. Und er hat dieses Gebiet auch immer wieder stark in die Literatur einbezogen, weil, und hier kommt ein Zitat von ihm, Ich um die Mebel herum aufgewachsen bin, wo Polen, Litauer, Russen, Deutsche miteinander lebten und unter ihnen allen die Juden, Judenheit. Dieses Gebiet nannte man Sarmazien. Und er hat auch ein Buch gemacht mit Lyrik, Sarmatische Zeit. Ja, und er ist also dort in die Schule gegangen, erst mal in Tilsit und hat dann das Stadtgymnasium in Königsberg besucht. Und dieses Gymnasium... Darf ich mal unterbrechen? Ja. Also wir haben hier auch ein altes Bild aus seiner Jugendzeit, so ungefähr, das ist eine Postkarte eigentlich, wo man in Königsberg die beiden Bahnhöfe sieht. Der eine führte nach Berlin und der andere nach Tilsit. Also in der Umgebung ist er also aufgewachsen und dann vor allen Dingen zur Schule gegangen. Und in dieser Stadt war ja Königsberg auch der Krönungsort für die Könighöhe. Ja, und wie gesagt, gegenüber dem Gymnasium, das muss man auch erwähnen, steht und stand der Dom. Und der berühmteste Sohn der Stadt, Emanuel Kant, der Philosoph, der große Philosoph, liegt dort begraben in dem Dom. Sicherlich wird man das noch feststellen können. Naja, soll sich in Ruhe lassen. Und ich denke, du hast jetzt die Fortsetzung dazu. Ja, ich habe eine Geschichte herausgesucht, die mir immer am besten gefällt. Und die hat viel mit seiner Jugend zu tun. Und zwar heißt die Rheinfern. Rheinfern kennt vielleicht heute nicht jeder mehr. Das ist aber eigentlich, naja, Unkraut darf man nicht mehr sagen, ein Wildkraut. Hat so gelbe Knöpfe als Blüten. Und das gibt es viel. Das ist auch eine Pflanze, die so, naja, auf jeder Müllhalde gedeiht die. Und Rheinfern ist aber wichtig in unserer Kulturgeschichte. Nicht nur, weil die Kinder früher diese Rheinfahne abknicken mussten, sondern, achso, muss ich noch sagen, wofür. Nicht um sich gegenseitig das unten in die Ohren zu hauen, sondern die mussten so und so viel bringen bei den Bauern, wenn Schlachtfest war. Denn die Würste wurden damals nicht, wie heute mit Aluminiumklammern oder was weiß ich, abgebunden und mit Binnenfahnen vielleicht zugebunden. Nein, da nahm man solche Speile, Wurstspeile und drehte das dann auf den Darm und trocknete und dann war das in Ordnung. Aber der Rheinfern ist auch in der Sagengeschichte, sag ich mal, im Aberglauben, im Brauchtum, wird erzählt, wenn man den am Johannistag, und der gute Mann heißt ja Johannes Bobrovsky, wenn man mit diesem losgeht und steckt man sich an die Mütze oder an den Hut oder legt man sich, falls es bequem ist, in die Schuhe, dann ist man unsichtbar. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es kann ja sein, man sieht ja die nicht. Und du siehst die auch nicht, also nächsten 24. Juni können wir ja mal losgehen, mal sehen, ob wir uns erkennen. Also, reinfahren. Der Berg ist aus Sand. Er trägt einen dünnen Kiefer im Wald, vielleicht 200 Stämme. Welchen kann man darauf nicht sagen? Dafür ist alles Bäume, Unterholzkraut, zu schäbig und kahl. Es fehlen die Himbeerbüsche und eine herabgekommene Sorte ungenießbare Johannisbeeren, die sonst in der Gegend überall vorkommt, sogar die Tollkirsche, die besseren Broden braucht. Nur am Osthang zur Straße hinunter und nach der Gärtnerei König zu gibt es verwilderte, kleinblütigen Flieder, der immer schon frühzeitig krausgezogene, braunfleckige Blätter zeigt und ein bisschen Holunder. Und der Abhang auf der anderen Seite, nach der Bahnstrecke hin, hat ein Rubiniendickicht, das sogar die Hunde meiden, nur die Vögel nicht. Wald dürfte man aber wohl auch nicht sagen. Wald ist das gewiss nicht. Doch Wald, das ist schon anders als Wäldchen, viel allgemeiner. Was nennt man nicht alles? Wald. Und dann schließt sich an das unregelmäßige, viert hohe Bretterzäune, mit dem der Sandrücken sich abfallend auf die Stadt zudreht. Wirklich so etwas wie ein Wäldchen an Wacholdern, kleine Kiefer, Fichten. Das harte weiße Moos gibt es hier überall, wie auf dem Berg auch, und trockenes Blaubeerkraut, das nichts trägt, weiße Beerkraut, Heidekraut und in einer feuchten Senke, kurz vor dem Badenau, wächst der stinkende Porst. Das hat die Leute, die es lasen, anfangs auch irritiert. Und vielleicht auch sie, wenn sie es jetzt zum ersten Mal hören und in einem Lesetempo, das vielleicht von ihrem sehr abweicht. Muss ich mal den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen. Und das war für die Leser zu Anfang kompliziert. Denn er erzählt ein bisschen, wie man dort gesprochen hat. Ich kann zwar nur nicht Ostpreußischen Dialekte oder solche Kunststücke, aber er hat das ziemlich übertragen ins Hochdeutsch. Und Sie merken ja das zwischendurch. Aber der Sinn ist noch dahinter. Ja, natürlich. Und wenn man richtig mitliest, merkt man, aha, da sitzt einer vor mir, der will mir erklären, ist es ein Wald oder nicht. Nicht. Also es könnte ein Wäldchen sein und so. Das würde man normalerweise, ich glaube, ich auch als Schriftsteller würde es einfach streichen. Würde sagen, ja, was soll es nun, ich schreibe eben hin. Er hat ja schon geschrieben 200 Bäume. Also das ist so, wie man untereinander erzählt. Und das spielt eine große Rolle. Genau. Aber wie gesagt, diese Ausdrucksweise, die kam nicht so an. Aber es gab einen Philosophen, einen Germanisten mit Namen Bernd Leisner. Und der hat dazu geschrieben, aber hinter Bobrovskys Erzählweise verbirgt sich mehr als die beständige Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksmitteln. Zu verstehen ist sie als das Ergebnis einer beharrlich fortgeführten, dabei immer weltanschaulich bezogenen Auseinandersetzung mit der konkreten sozialen Realität, in der Bobrovski lebte, die ihm Ansatzmöglichkeiten bot und in der er als Autor dringlich seine Fragen stellend wirksam zu werden versuchte. Das ist der Punkt dazu. Ja, natürlich. Und erst wenn man das ein paar Mal liest, jedenfalls für mich ist das zu erkennen, das ist auch Absicht, dass da steht, der Flieder ist da so kümmerlich und braunfleckig. Denn es ist ja dann die Zeit, wo die braunen Flecken immer stärker werden. Genau. So, dann geht es weiter. Die Leute wohnten in billigen, holzverkleideten, grüngestrichenen Siedlungshäusern am Fuß des Sandrückens nach der Stadt zu. Die Zäune oben auf dem Berg, das unregelmäßige Bretter gefiert, diese Anlage oder wie man das nennt. Siehst du, da merkst du es schon, ja? Der Leser muss sich da selbst was ausdenken. Hat ein Tor mit seinem Schild, auf dem steht schwarz auf weiß, Sonnenbad mit dem Zusatz e.V. Es handelt sich also um Freikörperkultur, einen eingetragenen Verein und um sein Reservat, das, wie es sich gehört, am äußersten Stadtrand liegt. Der lange Bretterzaun, 2,20 Meter hoch, hat eine 200 Astlöcher. Schlecht gerechnet. Die oberen für Erwachsenen, die unteren für die Jugend. Das gehört zur Unterhaltung der Siedlung, die längst den Namen des peinlichen Reservats übernommen hat und ihn so freiträgt, wie die Leute hinter dem Zaun ihre Freikörper. Er noch freier, unverzäunt. Man wohnt hier, sagt man selber, im Sonnenbad. Ich will aber doch noch mal auf seine Biografie zurückkommen, denn wir haben ihn ja noch nicht zu Ende dargestellt. Und zwar hat er also im März 1937 in Königsberg sein Abitur gemacht. Aber er musste noch im selben Jahr zum Militär und ist dann schon gleich in den Zweiten Weltkrieg als Soldat mit eingezogen worden. Während eines Urlaubs heiratete er dann noch im Feldgrau. Und zwar 1943 die Bauerstochter Johanna Buttruss, mit zwei D geschrieben, und kam 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dort war er wie viele dann auch Kriegsgefangene im Bergwerk tätig, und zwar im Donnetzbecken. Und hat er sich sogar hervorgetan beim Arbeiten. Er ist sogar Aktivist geworden und man wurde auf ihn aufmerksam. Und er kam sogar noch in eine Antifa-Schule und hat dort also praktisch die Grundlagen für das sozialistische Denken erhalten. Ja, und Heiligabend 1949 wurde er dann entlassen. Und er ging also nicht in den Westen, sondern er ging nach Berlin zurück, und zwar nach Friedrichshagen, wo er bis zu seinem Tod am 2. September 1965 in der Ahornschallee 26 wohnte. Er wurde ja nur 48 Jahre alt. In Berlin hat er dann als Verlagslektor gearbeitet, bei zwei Verlagen. Zuerst im Altberliner Verlag, das war ein Kinderbuchverlag. Und dann hat er im Union Verlag gearbeitet. Und da sind vor allen Dingen seine wichtigen Bücher auch erschienen. Und dort erschienen also beispielsweise Lewinsmühle, dieser Roman hier. Und dann erschienen die litauischen Klaviere und Gedichtbände, wie beispielsweise Sarmatische Zeit, habe ich hier liegen. Und auch gibt es noch ein anderer sein. Schatten, dann Ströme. Wetterzeichen. Du hast auch, also wir haben fast sein gesamtes Werk. Wir sind wirkliche Fans von ihm, wie man es heute sagt. Ich habe ein anderes Bild jetzt hier. Das ist der Sandberg. Und dort, wo er nach Tilsit führt, oder wo der kürzeste Weg ist, da ist es also so, dass da ein großes Denkmal steht, was Sie vielleicht da wenigstens im Grünen als Weiß erkennen. Und da steht hier jetzt in seinem, ist immer noch die Reihe da, die Wegreihung. Und da geht man weg. Ein Sträußchen am Hut, ungesehen, einfach nach Jakobsruhe. Das ist hier der Stadtpark. Also stadtwärts. Am Denkmal der preußischen Luise vorbei, der großfüßigen Landesmutter. Das ist natürlich auch ein Gag. Die hat gar keinen Fuß auf dem Denkmal, sondern die hat ein wallendes Gewand. Da hat man das Sandgelände hinter sich, die Wasserläufe mit den alten Schwänen und gleich auch den ganzen Park. Straßen, die gerade und flach verlaufen, mehrgeschossige oder eingeschossige Häuser, Trottoire mit Steinplatten und Bordsteinen. Eine Stadt, über die man nur immer sagt, es ist wie vor 100 Jahren. Und das haben wir zufälligerweise auch noch zu sehen. Das ist das Haus, in dem die Königin Luise nach ihrer Flucht samt König, Friedrich Wilhelm III. war es wohl, glaube ich, nach Tilsit geflohen ist. Und das hier ist ein sehr interessantes Bild, weil es eigentlich das auch zeigt, was damals selbstverständlich war. Das ist nämlich nicht die deutsche Kirche in Tilsit, sondern das ist die litauische Kirche. Also da wurde keiner unterdrückt, sondern wer eben als Christ in diese Kirche ging, in Ordnung, konnte er machen. Das war seine Sache. Und hier sehen Sie so ein bisschen die Gegend, wo er gewohnt hat mit seinen Eltern, bevor er nach Königsberg kam. Sie sehen, es ist fast die Hegelstraße in Magdeburg. Und dann schreibt er, angefangen hat man mit dem einen Ende, das steht fest. Aber das andere Ende, wo ist das? Engelsberg, Schlossberg, Splitter oder Rennplatz, Preußen oder einfach Fletcherplatz, Luisenbrücke, Kleinbahn. Und dann muss man das andere Ende finden. Ohne den Reinfahren an der Mütze oder in den Schuhen, denke ich, muss man es schon. Aber mit dem Reinfahren und jetzt zu Johannistag wohl nicht. Ungesehen, also allein, da gelangt man ans Ende nicht. Da hat man dann auch wohl niemals angefangen. Da ist man weit fort. Das ist natürlich ein merkwürdiger Satz. Denn er beschreibt sehr bald, das ist hier der Grenzfluss. Und hier drüber beschreibt er auch vor allen Dingen in... Litauischen Klavieren. Litauischen Klavieren wird die ganze Eisenbahnlinie praktisch geschildert. Denn dort vor der Brücke kann man losfahren und die Tilsiter fahren da gerne hin. Denn warum? Weil es auf der anderen Seite billigeres Essen gibt. Da kann man für sein Geld mehr Kuchen essen und mehr Kaffee trinken als in Tilsit, das noch zu Deutschland gehört. Und das wird nun zugeschlagen Litauen. Allerdings auch wahrscheinlich sehr großzügig, ohne die Leute zu befragen. Denn die Mehrzahl da waren nicht Deutsche oder Litauer, sondern die waren so halbe-halbe. Weil das so üblich war. Auch hier, wir haben es ja gehört, auch in der Familie von Bobowski sind auch Fäden oder wie man es nennen will, Äste oder Zweige am Stammbaum, die bis nach Litauen hineingehen. Das ist ohne weiteres so. Ich habe ihn ja persönlich auch noch kennengelernt. Das müssen wir unbedingt erzählen. Und zwar kurz vor seinem Tod. Ich habe ihn auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1963 persönlich besucht. Ich gehörte nämlich damals zu den Organisatoren des Rostocker Buchbazars und hatte den Auftrag, ihn dafür auch zu gewinnen. Und da habe ich ihn also in seiner Koje am Union Verlag getroffen und wo er als Lektor tätig war. Und in seiner Gesellschaft saß ein berühmter Maler, und zwar der Hallenser Maler Albert Ebert. Dessen Bilder kann man heute gar nicht mehr bezahlen. Und das war schon damals ein Geheimtipp für die Sammler. Und der war da eigentlich nur Heizer erstmal. Ja, der war Heizer. Ich habe hier mal, vielleicht kann man das mal schnell zeigen, mal ein Bildchen. Ich habe hier so ein Inselbändchen, wo seine Bilder drin sind. Und da zeige ich Ihnen mal hier so zwei Bilder. Das sind Festivitäten, die er besucht hat und dann auch gemalt hat. Und die Bilder waren alle so in diesem Format, in diesem kleinen Format in Öl. Ja, und der saß also da und sie tranken Wodka und zwar aus Wassergläsern. Ja, also mein Anliegen wurde nicht angenommen, aber er war sehr freundlich und hat mich gleich dazu eingeladen. Ich bekam auch gleich ein Wasserglas mit Wodka und das war sehr gesellig. Und am Schluss dieser Geselligkeit hat er mich dann eingeladen, ihn mal zu besuchen. Und das tat ich dann auch im Jahr darauf. Wir hatten uns vorher auch wieder auf der Messe getroffen und abgestimmt, terminlich. Und da habe ich ihn dann in seiner Wohnung in Friedrichshagen besucht. Und über die Wohnung gibt es ja ein ganzes Buch. Da gibt es ein ganzes Buch. Das habe ich hier auch und zwar Gerhard Wolf. Der Mann von Christa Wolf hat das Buch im Nachtrag. Er hat ihn nach seinem Tod, hat er dieses Buch geschrieben. Er hat ihn auch dort besucht. Und ich sage noch was zu dieser Wohnung. Die ist nämlich einmalig schön für so Literaten wie wir. Ja, und also wie gesagt, ich bin dort hingegangen. Und ein Jahr später. Und das war also in dieser Allee, Ahornallee. Und dort in dieser Wohnung, dort fand ich ihn also in einem Literaturmuseum oder Kunstmuseum, könnte man sagen, vor in diesem Wohnzimmer. Und da hat mich auch gleich wieder mit einem schönen alkoholischen Getränk bewirtet. Und diesmal war es Pflaumenschnaps. Und ja, das gehörte dazu. Und wir haben sehr nett geplaudert. Ich habe da zufällig auch mal meine Kenntnisse in Literatur anbringen können, nämlich Friedrichshagen. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ich weiß, dass es mal einen Friedrichshagener Dichterkreis gab, dem die Naturalisten angehörten. Zum Beispiel der junge Gerhard Hauptmann und der Magdeburger Bruno Wille. Den haben wir hier schon mal beredet. Ja, also wie gesagt, aber dann hat er mir lächelnd gesagt, es gibt auch schon wieder einen Friedrichshagener Dichterkreis. Den neuen Friedrichshagener Dichterkreis. Und dem steht er vor. Und da sind also auch noch drei, vier, fünf Autoren. Beispielsweise der Lyriker Meckel, Christoph Meckel oder Manfred Bieler ist beispielsweise ein bekannter Autor gewesen. Und auch Peter Huchel. Das waren alles so Autoren, die auch alle nicht so ganz koscher im Sinne der Regierung der DDR waren. Ja, der Kulturpolitik. Ob die Regierung da überhaupt was von gelesen hat, bin ich immer sehr unsicher. Also wie gesagt, das hat er mir erzählt und er hat mich durch sein Wohnzimmer geführt, hat mir seine Buchsammlung gezeigt. Und das war ja auch ein großes Erlebnis, wie gesagt. Und ich habe dann ihn, ach zum Abschied hat er mir dann noch auf seinem Klavikord ein Ständchen, ein Abschiedslied gespielt. Also ich war gerührt von diesem Besuch. Er hatte seine Bibliothek, müsste ich vielleicht noch was sagen. Da standen also neben der Belletristik viele Werke der klassischen deutschen Literatur. Er war also sehr belesen. Und dann hat er gesammelt wissenschaftliche Literatur zur Erforschung seines Heimatgebietes, die deutsch-literarischen Beziehungen und Orts- und Personennamen des Mebelgebietes. Das waren alles wichtige, dicke Bücher und Volkskunde. Ja, er hat ja auch sehr viel davon in die Bücher gebracht, was sonst vielleicht längst vergessen war. Ja, und eins muss ich auch noch sagen, er hat also gerade diese volkskundlichen Dinge immer wieder hervorgeholt und auch immer wieder in seine Bücher hineingebracht. Ja, das war das Wiedersehen mit ihm. Er starb ja ein Jahr danach. Wir hatten uns eigentlich wieder verabredet, aber das klappte nun nicht mehr. Und hier reinfahren, die Geschichte ist ja auch so. Ich habe ja gesagt, reinfahren, ja, das gibt es ja auch. Aber dass jemand das plötzlich benutzt in einer Geschichte, und das ist eine wirkliche. Nicht, dass man nur sagt, ja, das ist eine Jugenderinnerung oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er ist jetzt also bis zu der Brücke gekommen, am Fletcherplatz. Und dann fährt also darüber die Bahn. Und er bleibt da jetzt stehen und schreibt, Väter, Mütter, Kinder mit ein paar Taschen und Körben und können erst wieder stehen bleiben und atmen, wo Deutschland zu Ende ist. Bleibt gesund, wollen wir sagen. Aber das können wir nicht. Da schütteln wir unsere Schuhe aus und nehmen das Ästchen von der Mütze und werfen es in den Strom. Der Wind nimmt es eine kleine Windstrecke weit mit und lässt es leicht ins Wasser fallen. Da schwimmt es davon. Ich will nicht unsichtbar sein, sagen wir uns. Nicht ungesehen von den Leuten. Es ist nichts. Beobachter sein. Der Beobachter sieht nichts. Lauft, Leute, möchten wir sagen. Und das können wir schon tun. Und den flotten Kerlen entgegentreten, die sich mit ihren Stiefeln und ihren Reden groß tun. Hinter den Familien her. Aber wir haben das ja nicht getan. Nicht einmal das Streuschen reinfahren nahmen wir von der Mütze, um es fortzuwerfen. Der Strom hätte es schon gern mitgenommen. Der Strom ist nicht so. Er hätte schon noch ein bisschen gewartet. Und das ist das Ende dieser Erzählung. Für mich eine der großartigsten, die entstanden sind. Und auch eine der Geschichten, die am deutlichsten seine Weltanschauung zeigen. Man darf nicht nur Beobachter sein, sondern man muss auch versuchen, Einfluss zu gewinnen. Oder zumindest Freunde und Leute, auf die man sich verlassen kann. Und das ist schon sehr schwer, Freunde zu finden. Meine Großmutter hat immer gesagt, Freunde, tausend auf ein Lot, in der Not oder so ähnlich. Und das ist hier bei ihm in der Geschichte wunderbar geschrieben. Er geht durch Tilsit. Er sieht wohl, was schon los ist. Er beobachtet das. Aber was sich daraus entwickelt. Er hat ja zu diesem Erstling auch einen Kommentar gegeben. Den habe ich hier. Ich stamme aus einer Gegend, in der die Deutschen mit ihren Nachbarn durcheinander und miteinander gelebt haben. Das haben wir schon mal erwähnt. Ich habe einiges an Kenntnissen und Erfahrungen mitbringen können für dieses Thema. Und sonst ist die Wahl dieses Themas so etwas wie eine Kriegsverletzung. Ich bin als Soldat der Wehrmacht in der Sowjetunion gewesen. Ich habe dort das noch vor Augen geführt bekommen, was ich historisch von der Auseinandersetzung des Deutschen Ritterordens mit den Völkern im Osten und von der preußischen Ostpolitik aus der Geschichte wusste. Ich habe nur wegen dieses Themas angefangen zu schreiben. Ich habe schreiben wollen seit 41, seit etwa 41 und habe damit 51 angefangen, also das Jahr angefangen. Dieses Thema betrachte ich als mein Thema, als ein Generalthema. Ich habe das versucht, in Geschichten zu gestalten und ich bin jetzt dazu übergegangen, das auch in der Prosa zu behandeln, in einer ganzen Reihe von Erzählungen und eben auch in diesem Roman. Ja, der Roman, der da genannt wird oder auf den er sich bezieht, ist dieser hier, Lewinsmühle. Er ist genau, Lewinsmühle, 34 Sätze über meinen Großvater. Also er hat dafür Familiengeschichte, Landesgeschichte, Kulturgeschichte, wie du schon gesagt hast, Volkskunde, sehr ausführlich studiert und hat aus diesen vielen Landkarten, Berichten, Volksliedern etwas zusammengesetzt, was man jetzt nicht auf der Landkarte genau nachsuchen kann. Aber die Landschaft, die hier zu sehen ist, ist ungefähr diejenige. Und zwar 1874 spielt der Roman und da macht sein erfundener Großvater etwas sehr Böses. Er hat eine Mühle, die heißt Neumühl und am Unterlauf solches Flüsschens, das hier ist die Sorge, er nennt die jetzt hier anders mit polnischem Namen, gibt es aber tatsächlich und er hat dafür gesorgt, dass ein jüdischer Müller, der sich da seine Existenz aufbauen wollte, genau das nicht geschafft hat, sondern die Mühle ist beim nächsten Hochwasser, wo auch sein Großvater nicht rechtzeitig das Wehr gezogen hat, ist die Mühle fortgeschwemmt worden und damit hat man da wieder dafür gesorgt, dass diese Leute, die eigentlich Zigeuner, die haben wir nämlich noch vergessen, neben den Juden, die da alle friedlich waren, das wird alles geschildert, aber durch solche, sagen wir mal, kapitalistischen Machenschaften, denn was anderes ist ja das nicht, wenn ich die Konkurrenz auf diese Art und Weise hinterlistig ausübe und damit den anderen tatsächlich ruiniere für alle Zeit, dass der auch aus der Gegend zieht. Ich habe da hier noch einen Text aus diesem Buch, da geht es genau auf den Großvater und diese Geschichte hin. Gut, mach das. Wenn alle Wege von Briesen führen, dann führen auch alle Wege von Briesen fort. Den, der nach Neubühl geführte, über Falkenau, Polkau, Linde, Gartsevo, über die Bahnstrecke hinweg, über das Flüsschen Struga, an den Schilfteichen entlang, den Weg sind wir schon gegangen und gefahren. Jetzt kommen wir zum letzten Mal hier vorbei, im Herbst. Die Felder sind leer, über den Gewässern ist es still, um die Gehölze versammeln sich die Vögel, die Luft ist feucht und riecht herb. Da liegt Neumühl. Auch Neumühl ist still. Der Gendarm Piontek und vier andere Schnauzbärte sind abgezogen. Rosinke lehnt an der Ladentür. Mühlenbesitzer jetzt, aber den Krug wird er nicht aufgeben. Er sagt zum Gendarm Adam, der hinter ihm steht, Sie können es gut haben. Sie können hier alt werden. Der vorige stänkerte zu viel herum. Das bekommt keinem. Wir werden sehen, sagte Adam vorsichtig. Was heißt sehen? Da hat dieser Adam doch schon seine Erfahrungen gesammelt in der kurzen Zeit. Wie schön heraushalten, überall heraushalten, einfach nicht da sein, besagen diese Erfahrungen. Er hat ja wirklich alles im Sande verlaufen, einfach so verlaufen, einfach so im Sande, was gefährlich sah, laufen lassen. Diese Malkäner Union, wie diese Neumühler Geschichte, erst im Zirkus, dann in Rosinkes Krug, jedenfalls sieht es so aus. Aber der Adam wird hier noch nicht alt werden. Das ist die Taktik, die er anwendet, um sich durchzusetzen. Ja, und dann hänge ich nur noch zwei, drei Sätze an. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich sehr erschrocken, weil Neumühl kenne ich. Nicht persönlich, sondern da stammt meine Familie her. Die war zwar keine Müller, sondern Jäger. Die hatten da die Revierförsterei. Und da habe ich erst gemerkt, wie geschickt der gute Johannes Borowski gearbeitet hat. Denn diese Neumühl, die sieht schon so aus. Ich habe ja noch Bilder davon, wie sie im Buch beschrieben wird. Na, hast du es geschafft? Ich habe noch eins aus seinem Wohnzimmer. Gut. Also Sie sehen, das geht plötzlich bis in Familiengeschichten. Aber zum Glück kann ich Ihnen sagen, mein Großvater hat keine Mühle weggeschickt. In das Nasse dahin fließen. Und wir danken Ihnen, dass Sie so lange zugehört haben. Wir empfehlen Ihnen, Sie sehen ja, es gibt eine ganze Menge Bücher. Und wir sind ja die Leute, die Ihnen auch gern lesen. Sonst würden wir Ihnen nicht aus der Schmökerkiste hervorgeholt haben und Ihnen empfohlen haben. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Mökerkiste hervorgeholt Untertitelung des ZDF für funk, 2017